Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hey, was meint ihr? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was ist denn hier los? Wir glauben, dass Pia und ihre Clique den Tisch bekritzelt haben. So ein Gerücht gehört. Ich kann euch aber helfen beim Putzen. Danke fürs Helfen. Bitte. Na fertig mit Tischputzen? Ja, verpisst euch. Ja, warte, lasst sie kommen. Vielleicht wollen sie uns ja fragen, ob wir Trauzeuge werden wollen. Wisst ihr eigentlich, dass sie halt die ganze Zeit nur Angelungen hat? Hast du Beweise? Pia, warum hast du das getan? Pia, warum hast du das getan? Weil mir langweilig war. Es tut mir leid, aber ich habe das Gerücht verbreitet, weil ich mit Pia befreundet sein wollte und sie mich sonst auch gemobbt hätte. Entschuldigung, dass ich das Gerücht in die Welt gesetzt habe. Das Gerücht. 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 Vielen Dank.